Auch wünschen wir euch in der Ebeneo einigen kriegen, mit einer Hand. Ich weiß nicht, ich habe einfach gewinnt, aber was cool ist. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ihr habt ja überhaupt keine einfachen Events, ne? Nee. Ganz schön springen wir ja auch mal eben so. Das war ja auch mal. Ja, aber hallo. Ich habe mir auch gefühlt so weh. Ganz klar. Aber es war schön. Aber es war schön. Ja. Ich werde jetzt halt für die Boxen fliegen es ja schon übernommen. Ich meine, bisher haben wir natürlich ein bisschen besser, ne? Ja, jetzt haben wir ja noch ein paar Lautsachen zu sehen. Die Boxen! Was macht ihr los? Um 6. Das geht ja fast bei Leidemann. Ja, ich weiß nicht. Ja, aber nicht. Okay, okay. Okay, okay. Okay. Hallo.